Ein russisches Kriegsschiff hat mehrere Luftangriffe auf die Ukraine abgefeuert. Das geht aus ukrainischen Angaben hervor. Der ukrainischen Flugabwehr im Süden soll es gelungen sein, acht Raketen abzuschießen, die die russische Flotte aus dem Schwarzen Meer abfeuerte. Im Norden und Westen der Ukraine konnten die russischen Raketen nicht aufgehalten werden, was zur Folge hatte, dass sie einschlugen. Gleiches spielte sich in den zentralen Regionen Dnipropetrog und Kirovograd ab. Eine weitere russische Rakete schlug wohl in einer Industrieanlage, in der westlich gelegenen Stadt Lvi ein. Dieser Angriff soll sogar zu einem Brand geführt haben, der aber rechtzeitig aufgehalten werden konnte.